Herzlich Willkommen zu Blacklight. Wir sind wieder zu zweit. Ich, der Seymour und der Hexomania. Hallo. Wir spielen mal wieder gegeneinander. Wie kann es auch anders sein, oder? Ja, und ich hoffe, du wirst dich dann wieder darüber freuen, dass wir gegeneinander spielen. Ja, also Badner gegen Schwaben ist immer wunderbar. Ja, und ich werde hier gerade von einem Ratschut angegriffen. Und wir reden heute vielleicht etwas weniger, aber kann es vorkommen, da wir schon seit einer Stunde reden, weil Blacklight heute gepatcht worden ist. Also nicht heute, sondern nur bei uns heute, weil wir uns schon ewig nicht mehr gezopft haben. Und ja, und wir haben die ganze Zeit durchgeredet. Ja, und ich habe davor noch mein neues Mikrofon, wie ihr vielleicht hört, eingeweiht bei Gondic und bei Chaos of the Ponia, was natürlich auch lange gedauert hat. Ich bin gut, probier. Explosive Geschosse. Ja, und heute kriegen wir auch irgendwie alles kostenlos, was wir wollen, außer Waffen. Ja, aber immer Nutten und Waffen, die kriegen wir nie. Ja. Verdammt. Also zu ganz viel Zusatzstoffe kommt. Und ein Freund von mir, ich kann sich nicht entscheiden, was er spielen soll. Also ich nehme auf jeden Fall nicht die Scharfschüsse-Waffe. Ich stehe gerade mit einem Pistel rum. Und hier schmeißt jemand die ganze Zeit mit Granaten rum. Und ich bin schon wieder tot. So toll die Explosive-Geschosse sind, ich kann nicht Snipern. Dann nehmen wir einen Trefferfeld. Hab ich ja jetzt. Wir spielen einfach nicht Snipern, das ist ein Naturgesetz, wie wir schon festgestellt haben. Ja. Ach ja. Wir haben uns gerade eben ein bisschen über Windows 8 unterhalten. Ich würde mal gerne wissen, was ihr davon haltet. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ach nee, jetzt fangen wir uns schon wieder an. Hey, 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 hey. Irgendwie haben alle Angst vor mir. Ich sehe in meinem Visier welche. Und dann sind sie plötzlich weg. Ja, die wirklich, Entschuldigung. Oder sie werden einfach von meinen Teamkollegen vorher geowned. Ich sterbe die ganze Zeit an so dummen Granaten da von jemand. Irgendwie sind immer da so viele Leute, wo ich nicht bin. Oh, ich ignoriere die Punkte zum Aoran jetzt wieder. Ich auch. Ich habe eigentlich gedacht, wir sind beim Team Deathmatch. Weil irgendwie, wenn ich zu den Punkten renne, sterbe ich die ganze Zeit nur. Also, ignorieren wir sie. Also, ich hatte bis jetzt nur einen Kill. Das ist schon... Wie ist das? Zwei Kills. Ich hatte einen Kill. Und ich sterbe gleich. Bin ich nicht irgendwie... Äh, du, falscher Knopf. Oh, Flammenwerfer! Wieso kann ich fast nicht rennen? Und dann sind die Jungen, die Mappas viel zu groß für uns. Ähm, sind die schreiend neu? Mir hat gerade voll jemand voll ins Ohr geschrien. So, äh, äh, äh. Ja, dann sind die neu. Also, der Patch ist aber an sich cool. Ich finde, die Grafik ist auch ein bisschen besser. Kann das sein? Kann sein, muss aber nicht. Ja gut, du mit deinem Kack-PC kriegst das eh nicht mit. Das ist kein Kack-PC. Doch. Er hat nur keinen Intel-Prozessor. Wie viele Frames pro Minute hast du? Pro Minute, keine Ahnung. Pro Sekunde. Pro Sekunde, 50. Ich hab 120. Angeber. Ja. Das ist auch die X-Tory. Damit geht alles besser. Ich treffe nicht, Gottverdammt. Ja, dafür treffe ich hier wenigstens. Ich laufe dann nur durch die Gegend und finde keinen Menschen, aber ich treffe. Ich hab vorhin eigentlich recht gut getroffen. Ach, das Chrisl ist irgendwie voll, voll chrisslig. Wie hab ich das heute genannt? Äh, Chrislspawner? Äh, Chrislspawner. Ne, Kruschelspawner oder irgendwie sowas. Kruschelspawner. Weil meine Internetleitung ist bekanntlich besser wie seine. Dann hab ich schon mal ein bisschen gespielt und hab auf ihn gewartet und hab so lange mal die neue Version-Patch ausgetastet. Und auch mal die neue Map, gell? Ja. Neue Map saugt FPS ohne Ende, weil es da jetzt Regen gibt. Hat Regen, die wir dann nicht erst wissen. Ach, verdammt. Das ist blöd, wenn wir so spät mit dem Gegner sind. So, ich flüchte jetzt mal von dem dummen Heardsuit. Und die Runde ist vorbei, what? Yeah, my goodness. Ich war im Gewinnerteam. Und ich bin der Schlechteste. Hey, ich bin mal vor dir. Aber nicht von den Punkten her. Ne, aber immerhin hab ich nicht mehrmals verloren als gewonnen. Genau. Wo ich aber nicht so oft gestorben bin. Naja, egal. Das war jetzt aber nur die Einführungsrunde, würde ich jetzt mal behaupten. Es kommt dann die erste Richtige. Und ich hoffe auf eine andere Map. Auf Offshore. Das ist doch die Woh-Insel, denk ich mal. Offshore? Ach ja, die, wo ich überall abgeschossen werden kann. Ja, richtig, die. Aber noch sind wir im selben Team. Ach, stimmt. Hallo. Und im selben Level. Hallo. Naja. Aber da sieht man auch wieder die 20 Millisekunden mehr Ping von mir. Genau. Und wieso hast du jetzt das Team gewechselt? Ich hab gar nichts geguckt. Keine Ahnung. Das ist Balancing. Das ist rechtes Balancing. Und man sieht jetzt auch hier, wo ich jetzt gerade mit meinem Mausteiger bin. Blacklight ist mit Twitter verbunden. Yay. Was es auch immer bringen soll. Ja, seitdem Patch. Aber ich hab natürlich Nein gesagt. Ich will nicht, dass ihr euch von mir genervt fühlen müsst. Ich habe gerade ein Mensch in Blacklight getötet. Was? Wie? Das kommt dann wahrscheinlich in Twitter. Ach so. Ja, dann kommen wir noch mehr als Killerspieler rüber. Genau. Hey, wir sind im gleichen Team. Chrisselig. Yeah. Blau. Slowelt. Juhu, ich bin hinter dir. Aber ich bin wirklich immer blau. Ne, ich gerade eben warst du rot bei mir. Ja, du, bei dir. Ja, das eigene Team wird einem immer als blau angezeigt, glaube ich. Echt? Ist ja langweilig. Alter, das ist doch kein Schocker. Da ist ja keiner mehr. Ah. Ach nee, er hat ja nur Explosive-Dinger. Wunderschön, dieser Mensch, der am Boden liegt. Was war das? Ich habe gerade eine Granate abbekommen und hatte dann nur wieder diese krisselige, krisselig. War aber nicht tot und dann wurde ich erst erschossen. Das waren krissel-Munitionen. Das waren bestimmt Blendgranaten. Die machen es einfach nur krisselig, dass es nicht so wie Krieg wirkt. Genau. Dass auch kleine Kinder wie andere kleine Kinder alles zocken können. Hast du gerade überlegt, ob du meinen Namen nennen sollst? Äh, nö, würde ich nie tun. Wo bist du? Hinter dir. Du bist, glaube ich, hinüber. Du hast mich eingedrungen. Du warst Sex von mir. Aber gerade, wo du gefragt hattest, in dem Moment war ich hinter dir. Hey Gott, ich sterbe die ganze Zeit. Ich auch. Das kann es auch nicht sein. Also, man muss dazu sagen, ich habe jetzt schon seit zwei Wochen lang nicht mehr gezockt. Das merkt man mir natürlich auch an. Ich glaube gleich viel. Ich habe auch, seit wir nicht mehr aufgenommen haben, gespielt. Nicht mehr, gespielt. Ich war zu langsam. Ach ja. So ist das Leben, meine Freunde. So nicht anders. Wenn man zu langsam ist, wird man erschossen. Genau. Also, auch wenn ihr im Sportunterricht zu langsam seid. Ja, dann seid ihr im Völkerball eben erschossen. Genau. Wobei, Schnelligkeit nichts im Völkerball zu tun hat. Äh, wenn du schnell ausweichen kannst, bist du auch gut dabei. Ja, aber es hat ja nichts mit schnell Laufen zu tun. Wenn schnell ausweichen kann, dann kann man auch einfach... Was ist das? Ist das auch neu? Was? Blubberblasen auspustet. Also, in der Wandmini gab es der Vorschläge. Blubberblasen, weil... Ähm, ja, ich war so von der Mine fasziniert, dass ich erschossen wurde. Vielleicht ist genau das der Effekt. Blubberblasen. Äh, ja. Also, ihr seht, wir sind fasziniert vom neuen Patch. Wie immer. Was heißt, wie immer? Ich möchte das erste Patch mitbekommen. Pssst. Vielleicht bemerken sie es nicht. Vorhin haben sie sich auch, ähm, im Chat unterhalten, dass einer seit mehreren Tagen den PC nicht an... nicht mehr ausgemacht hat und daher eben... Oh, danke. Ähm, daher eben nicht mitgekriegt hat, dass ein neuen Patch rauskommt. Ja, soviel zu Gamer. Wow, fuck. Ich helfe dir, wenn ich dich irgendwann sehe. Ihr seid doch verrückt. Ich tue mich gerade um einen kümmern, so schön, mit Salvenschuss, plötzlich springt einer vor mir und schießt mir voll ins Gesicht. Wieso nicht? Also, die, die... Die Map hat es echt in sich, finde ich, also diesmal. Und auch die Roten haben echt was drauf. Ja. Oder wir eben nicht. Was ich eher glaube. Komm her, Messer oder Kachel. Ja. Mir hat bei meiner dritten Folge Blacklight vor kurzem einer einen Kommentar geschrieben, dass ich aufhören sollte zu spielen, weil ich zu schlecht bin. Ey, also hat sich jemanden erschossen. Ja. Ich habe dir den Kill vor der Nase wegge... äh, das Ticket vor der Nase weggeklaut. Kann sein. Darum kümmere ich mich nicht. Ja, aber ich finde es voll krass, dass da jemand sagt, du kannst nicht zocken, du sollst aufhören. Man zockt doch richtig, wenn man Spaß hat. Vor allem ist es... Ich habe ja eindeutig Let's Fail hingeschrieben gehabt. Du wusstest ja warum. Oh, jetzt nenne ich es Let's Play. Ja, wobei ich die... Ah, die Folge auch wieder Let's Fail nennen könnte. Aber es ist eben eine Sache der Übung. Gerade bei so schnellen Shootern. Keine Übung. So wie in der Shooter. Nur, dass Shooter nicht so viel Spaß macht. Ja, ja, ja. Kommt drauf an, was man je neu erhält, glaube ich. Also es gibt in diesem Patch einige Neuerungen, wie eine neue Map, neue Waffen, neue Helden. Neue längere Ladezeiten. Neue Blubberblasen. Blubberblasen. Ja, ich weiß da immer noch nicht... Verdammt, stirb doch. Boop, 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 boop. Es ist ein Fein. Man merkt richtig, dass ich jetzt schon lange geredet habe, da ich jetzt anfange zu singen. Also, wenn ihr mir nicht mal singen hört, dann wisst ihr, ich rede schon seit Ewigkeiten. Und wenn ihr nicht mal singen hört, rennt. rennt einfach, es ist schrecklich. Du hast es noch gar nicht gehört. Nach deinem Facebook-Post aus entnehme ich das aber. Was? Was habe ich da gepostet? Das mit der Audio-Spur und da und ich dann da singen. Das war Chaos of Deponia, mein Freund. Halt überhaupt nicht genau. Das fand ich nämlich echt interessant. Meine Chaos of Deponia-Folgen haben nämlich eine größere Audio-Dateigröße als Videodatei. Und das ist so irgendwie ziemlich unrealistisch. Soll man das bei Fraps? Ja, weil Fraps keine eigene Audio-Datei hat. Genau. Ne, das Lustige ist halt, Chaos of Deponia ist halt komplett gezeichnet. Dementsprechend ist die Video-Größe recht klein. Aha. Ja. So, um mal ein bisschen Eigenwerben zu machen. What the fuck? Und die enthalten deine Kommentare heute ziemlich viel What the fuck? Ähm, wenn man heute schon so viel geredet hat. Ja, wir haben uns schon über sämtliche Themen unterhalten, die wir jetzt irgendwie schon nicht mehr benutzen können. Ha, hast du wohl gedacht mit der Granate. Aber irgendwie ist er weg. Irgendwie ist die Map ein großes Gewusel nur. Ja, irgendwie kenne ich die Map auch anders da. Auf jeden Fall muss ich mich ein bisschen zurückziehen. Und ich habe jetzt eine goldene Waffe. Eine goldene? Ja, eine goldene. Ist die neu oder kenne ich die noch nicht? Die lag auf dem Boden. Okay, also es ist eine neue. Ah, da ist gerade jemand, gegen den haben wir schon mal gespielt. Äh, warte, oder gegen den habe ich schon mal gespielt. Miranir. Ich habe jetzt von lauter Flammenwerfen vom Teamkollegen den Gegner nicht gesehen. Ich mag keine Flammenwerfen. Die sind böse. Die tun so weh. Die brennen zu viel. Ich mag Hitze nicht. Außer die Hitze des Gefechts. Hier mit ihrem Scheißschild auf dem Boden. Das sollte auch im Kopf schielen. Ja, aber wenn man von hinten draufschießen will, dann geht es nicht recht. Wenn die ein Schild auf dem Boden haben. Verdammte Kacke. Ja, ich tue heute ziemlich viel Uhr. Tut mir leid. Er redet schon seit Stunden. Ja. Weil bei mir das Update so lange gedauert hat. Über eine Stunde. Bei mir hat es nur eine Dreiviertelstunde gedauert. Ja, mach mich fertig. Mission Objektiv zu verabschieden. Wo ist die keine scheiße Granate auf? Weil im Slot keine Granaten mehr. Scheiße. Hat man standardmäßig keine Granaten mehr? Äh, ich hab noch eine. Ich hab nicht. Ich hab so ein äh, Defripli, Lad, oder ich kann nicht mehr reden. Also so ein Vivo, Wiederbedürfungsdingen. Mesh Warrior, Mesh Warrior, Mesh Warrior. mit dem, wow, wow, fuck. So kenn ich mich gar nicht, mit so viel fuck und allem. Ach ja. Ich hab noch Revolver behalten sollen, statt Pistole. Und ich hätte üben sollen, bevor ich mich hier in so ein mieses Gefecht spürze. Warum tut mir eigentlich immer die Kills wegnehmen? Den hab ich gerade voll im Visier gehabt. Oh. Wow. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Darf ich ihn da einfach an. Headshot. Ich bin mit. Das war aber echt cool, der hat mich fast nicht getroffen. Von der Brücke kommen wäre ich nur zu hinten. Von der Brücke? Ja, von der einen Brücke da. Okay, ich bin einigermaßen im Schutz. Wobei es kommt so eine Menge. Gehe ich lieber mal wieder von der anderen Seite auf sie los. Wenn das mal kein Fehler war. Da steht einer. Ich seh dich. Ha. Also hier hat's zwei Magwarrior für... Ah. Sieg. Yes. Und ich bin Showdown. Ich würde sagen, noch eine und dann Folgewenden, oder? Yes. Fünf Kills, elf loses. Ich habe... 10-10. Ja. Ich merke, dass du auch ein bisschen mehr nach der Map keist als ich. Ich kill einfach nur und kriege daher keine Punkte. Ich weiß. Network war hacken, gell? Ich weiß nicht. Pire. Was weißt du eigentlich? Was 1 plus 1 gibt. Das glaube ich dir erst, wenn ich es gehört habe. 1 plus 1 gibt klein... Daumen nach oben. Zwei. Oh, ich bin... Detenerischem Team, wenn es so bleibt. Es gibt echt ein neues... neuen Helm. Aber ich glaube, irgendwie haben jetzt viel mehr Leute ihr eigenes... Symbol. Ja, das kann sein. Außer ich. Oh. In meinem Team ist ein 37er Level. Hm. Der hat heute schon 2 Level gut gemacht. Also, ähm... Neues, äh... Höchstlevel nach dem Patch ist übrigens 40. Statt 35. Ja, das weiß ich. Wusste ich vorher nicht, aber gut, dass du es gesagt hast. 4 Mesh-Notes. Ja, 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 ja. Meine Lieblinge-Map. Ach, je. Irgendwann sie wieder, den hast du mir. Ach, je, je. Boah. Leute, ich bin... frei zum Abschuss. Aber bitte nicht wörtlich, nee. Du kannst mir Rückendeckungen geben, wenn du willst. Ich habe gedacht, wir sind ein gegnerisches Team. Nein, ich bin bei dir. Ehrlich? Ja. Mist. Es ist jetzt zumindest gerade, dass du bei Ice-Pepper-Beer vergessen hast, das einzunehmen. Ähm. Ups. Sag, ich spiele nicht nach. Ja. Nein, ich kriege die Punkte. Ich kriege die Punkte. Dann schütze ich dich hier mal so. Da kommt gleich einer. Es kommt gleich einer. Auch, sie hat mich vorher gesehen. Kelly, Kelly. Erledigt. Yeah. Erledigt. Cool. Mit der letzten Kugel im Magazin. So, kommst du jetzt mit oder... Wo bist du? Ich bin rausgegangen. In welche Richtung raus? Ich gucke doch... meinen Namen sieh ich. Ja. Ja, ich habe aber gerade nicht gesehen. Mein Visier wollte ich nicht runterklappen. Nur für dich. Von rechts und einer von rechts. Ich hole ihn dir. Hol ihn dir. Der ist abgehauen. Wow. Er lädt nach. Er lädt nach. Er hat ein Schild auf dem Kopf. Komm her. Komm her. Er hat sein Schild ausgerichtet. Ha. Headshot. Ungodlike. Vielleicht. Oh, verdammt. Unrevolver. Bist du tot? Ja. Erledigt hat mich nicht mehr gesehen. Das hat mir ein bisschen gemacht. Ach ja. Aber ich muss sagen, das christliche Spawn finde ich nicht schön. Ich erschrecke da jedes Mal. Das ist nicht so sanft. Alter. Gut, könnte ich das auch nicht so sagen. Mit einem Schuss hat der mich erledigt. Ja. Cheater. Cheater. Nee, das ist ein Revolver. Er ist ein Sniper, was der hat. Aber die Köpfe zerfetzen immer noch bei einem Headshot. Ja, das ist die schönste Animation. Wo ist Cheater? Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass er das soll rauspatchen. Wieso? Das ist doch wunderschön. Ja, das ist aber nicht für Leute wie dich. Wieso, Leute, für mich? Ich vertragte es gut. Wie man sieht. Ja, ich sehe ja gar nichts. Ich höre dich nur. Aber mit dem Krisseligen hat man mehr den Effekt, wenn man stirbt, dass man wiedergegibt wird. Irgendwie so. Jedes Mal. Einer lenkt mich ab, dann erschießt mich von hinten. Das ist halt Teamplay, ne? Habe ich auch gesehen. Und weiter. So, jetzt sind wir mal ein Team. Glaub ich, so halb. Granate. Woher kommt das Schieße? Nicht aus meiner Nähe. So, ich habe gerade jemanden auf drei getötet. Ja, das sind die besten Kills. Ja. Ja. Muss ich nichts dafür tun. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich wieder von hinten erschossen. Äh, nein, hinter dir sind keine Freunde. Nein. Und vor mir ist der abgehauen. Nein. Aber der Eisen, der tötet dich mit einem Schuss. Ja. Das ist der Kneifer. Bei dem solltest du dich inachten. Den versuche ich zu erwischen, bevor er mich erwischt. Scheiße. Du gehst 10 Euro drauf, dass du das sagst. Du bist schon tot. Du willst dich gerade 10 Euro drauf wetten, dass du das nicht hast. Ja, jetzt kriegst du 10 Euro nicht. Ach ja. Der hat sich, der hat schön auf mich gewartet und ich bin natürlich in seine Pfeile gedumpt. Wie jedes Mal. Also, tut mir leid, dass wir dieses Mal wirklich schlecht spielen. Gut, ich kann nur für mich reden. Wie Hexomania zockt, weiß ich gerade nicht. Ich bin Zweiter. Ich bin der Durchschnitt. Das ist verdammt nochmal ein geiler, guter Sniper. So. Ich habe zwischen, was weiß ich, wieviel Geländern bin ich gestanden und er hat mir trotzdem noch einen Headshot verpasst. Nein. Entweder ist es ein Hacker oder echt guter Zucker. Ein Hacker. Immer aufs Negative drauf. Aber der ist auch überall. Das ist unglaublich. Wo man läuft. Ich sollte meine Minen vielleicht mal taktisch platzieren und nicht einfach gleich am Anfang gegen die Wand klatschen. Und ich bin gleich tot. Der läuft mir nämlich genau entgegen. Woa. Nein, mit dem tue ich mich nicht mehr anlegen. Nein, nein. Sniper? Ja. Ich kann mir nämlich noch so viel Schutz suchen. Der Herr erwischt mich jedes Mal. Ach, wieder Mine. Nein. Die Burmite-Minen, die gehen mir auf den Nerf. Das sieht man so schlecht. Also die Blüberblasen-Mine hat man gut gesehen. Wobei ich immer noch glaube, die Blüberblasen zeigen eigentlich bloß die freundlichen Nähen an. Also die vom Teamkollegen. Wieder. Wieder von hinten. Mein Gott. Also dieses Mal bin ich sehr schlecht. Alter, was ist das für ne Waffe, die ich grad hab? Ich weiß es nicht. Wobei ich ja da... Müsste ich ja doch mal das Schatzschützengewehr wechseln können, ob das hier mehr bringt. Ich hab zwei übelste Waffe in der Hand. Ja, dann nutzt sie. Komm, dann hab ich noch die... Oh, komm. Die Stelle ist sehr ausgewichen. Der hat mich erwischt, kurz nachdem ich die schossen hab. Die Rakete hat perfekt getroffen. Jedes Mal, ich schieße auf meine und von der anderen Seite werde ich erwischt. So, diesmal mit nem Scharfschützengewehr. Und ich hoffe, dass das ein bisschen was bringt. Wobei, so scharfschützig ist das gar nicht. Was für ein Wort. Scharfschützig. Die Gegnerröchen haben irgendwie voll die... Hochequipten Leute. Leute. Muss man mal so sagen. Ja. Also, ähm... Die... Besonderen... Stints. Was ist das? Ja, weil... Wir hätten, glaub ich, ne richtig miese Mapper gewischt, also mit miesen Leuten. Ja. Und ich muss sagen, die Explosionsgeschosse bringen gar nichts. Also nicht viel jedenfalls. Ich hab nämlich zwar... Nicht viel, aber sie bringen das. Ich hab zwar nicht gebrochen, ganz klar, aber... Normal hätte ich gedacht, dass von der Explosion jetzt ein bisschen Schaden kommt. Zwei Minuten, bis es fällt. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ja, das ist natürlich sehr logisch, wenn man noch 240 Schuss im Magazin hat, das nachzutragen. Ich bin, glaub ich, das schlechteste Sniper, den die Welt je gesehen hat. Oh, nein. Ich bin noch schlechter. Das glaub ich nicht. Ich als Sniper geht überhaupt nicht. Ich steh aber auch wirklich scheiße. Steh ich innen scheiße oder... Scheiße? Ich steh scheiße. Sei es scheiße. Ich hasse es, wenn ich das Visier runter mach und... Und schon wieder von hinten von diesem Scheiß-Sniper. Der hat aber auch immer volle Lebensenergie. Das kann nicht sein. Das ist einfach ein Cheater. Punkt. Aus. Fertig. Hast du dir schon mal seine Statistik angesehen? Oh. Oh. Was hat er denn? 22 Kills, zwei Tode. Also entweder extrem gut, oder es ist wirklich ein Heck. Also ich glaub nicht, dass das so gut ist. Schon wieder von genau dem, aber er hat nur die Hälfte von Leben. Also wenn du jetzt zu ihm kommst, hast du eine reelle Chance. Ich hatte keine. Wie immer halt. Aber der ist auch... Also entweder er ist wirklich zack schnell. Oder ist es wirklich... Ich weiß nicht. Er hat vielleicht die Boots zum Schnelllaufen. Und ich wurde gerade... Ich meine beim Zielen zack schnell. Ich wurde gerade die ganze Zeit von hinten eingeschossen, die ich kein einziges Mal glaubt getroffen habe. Weil dann wo ich um die Ecke war, da war ich dann tot. Ja. 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 Was soll man sagen? 25 zu 2, der Typ. Da kann doch irgendwas nicht stimmen. 2 zu 10. Ja. Und du hast... 7 zu 9. Yeah. Auch nicht wirklich toll. Heute ist es irgendwie... Heute ist nicht so unser Tag. So. Dann verabschieden wir uns mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.